Speziell im Winter bietet der Heidenhof vielfältige Angebote, ihren Urlaub zu gestalten. Unser Standort ist in unmittelbarer Nähe zum größten Skigebiet von Lienz, dem Zettersfeld. Beliebt ist der wöchentliche Rodelabend mit dem Chef. Dabei geht es mit Allradbussen auf die Dolomitenhütte in die Lienzer Dolomiten auf 1620 Meter. Nach einem kurzen Einkehrschwung mit Schnapsel geht es über die 7 Kilometer lange Rodelbahn über 1000 Höhenmeter wieder ins Tal. Im Heidenhof angekommen, wärmen wir uns bei einem heißen Schnaps im Sanno auf. Wir organisieren für Sie Hüttenabende, Rodelfahrten und vieles mehr. Lassen Sie sich verwöhnen. Unser passendes Angebot dazu, das Skirennpaket der Saison 2011-2012. 7 Tage Aufenthalt mit Frühstücksbuffet und 4-Gang-Abendmenü mit Salatbuffet, Nachmittags Kuchenbuffet und Suppe, 6 Tage Top-Skipass Osttirol-Möltaler Gletscher, 6 Tage Like-Carving-Ski mit Stöcken, Eisstockerabend oder Nachtrodeln, Hallenbadbesuch, kostenloser Skibus in Lienz. Dieses Angebot hat mehrere Gültigkeitsdaten. Von Saisonbeginn bis 24. Dezember 2011. Die Termine sehen Sie hier neben mir auf dem Monitor. Vom 7. Jänner bis zum 4. Februar 2012, vom 25. Februar bis 17. März 2012 und vom 17. März bis 9. April 2012. Das Ganze um sagenhafte 603,50 Euro pro Person. Ein weiteres Top-Angebot für die Adventszeit, 3 Tage Aufenthalt mit Frühstück und 4-Gang-Abendmenü mit Salatbuffet, ein bäuerliches Adventmenü im Rahmen der Halbpension, Schneeschuhwanderung, ein 10-Euro-Gutschein für den Lienzer Christkindlmarkt, zweimal Glühwein am Christkindlmarkt, das Trinkgefäß, Adventhaferl genannt, dürfen Sie selbstverständlich mit nach Hause nehmen. Gültig vom 2. bis 12. Dezember und vom 16. bis 19. Dezember 2011 um sensationelle 191 Euro. Der Gewölbekeller des Heidenhofs aus dem 11. Jahrhundert bietet einen besonderen Rahmen für Gruppen zwischen 15 bis 40 Personen. So wie damals auf dem Ansitz Heidenhof, so wird auch heute wieder Bier und Wein nicht nur in Gläsern, sondern auch wieder in Krügen ausgeschenkt. Der Braukeller mit dem alten Gewölbe, dem knirschenden Holzboden und der Bar bieten dafür ein einzigartiges Ambiente. Geöffnet ist der Braukeller jeden Tag ab 17 Uhr. Bei unserer Speisekarte legen wir Hauptaugenmerk auf regionale, ursprüngliche Gerichte, welche teilweise bereits in Vergessenheit geraten sind und hier in Suppentöpfen, großen Pfannen oder in Reindeln aufgetischt werden. Sei es ein deftiges Heidenhof-Reindl mit Ripperlen, Stelzen, gesottenen Würsten, Sauerkraut und Knödeln oder ein knuspriges Gansel, ein gebratenes Spanferkel. Hungrig geht hier wohl niemand nach Hause. Natürlich gibt es auch Gerichte für den kleinen Hunger. Essen wie damals, für Gruppen ab 15 bis 40 Personen, mit Vorreservierung, jederzeit und mit Menü für alles Gleiche. Serviert werden die Gerichte in Suppentöpfen, Pfannen, Reindeln, zum Selberschöpfen und Aufschneiden, so wie früher. Kontaktieren Sie uns unter info-at-heidenhof.at oder unter unserer Telefonnummer 0043 4852 62 440. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.